guten morgen und schöner vatertag allen der nächste dtm wagen steht hier wäre der mercedes benz clk ich glaube 2000er modell ich habe ihn nicht original gemacht ich habe hier ein original dunkles mercedes grau genommen weiß nicht mir gefiel das besser das passt auf dem auto auf lange autos passen dunkle farben irgendwie besser so schaut er jetzt aus es fehlen ein paar details wie auf dem spoiler die decolls ich habe andere spiegel verbaut weil ich die als flexi da hatte das ist ein weiteres testauto für meine dtm serie wie ihr seht recht gut gelungen ich habe mir da jetzt nicht die mühe geben ging es darum dass das gewicht und alles passt alles reingebaut ist und ich die dann testen kann so ich hoffe er gefällt euch ich wünsche euch einen schönen tag euer olli von olli slot welt z z z z z Untertitelung des ZDF, 2020